Herzlich willkommen zu meinem Pokémon MMO! Blumenkohl Ampillermann Mensch wie kommt denn der daran? Nein, nein, nein du kennst das auch. Klar, Cacira Best Band Ever. Mega geil. Mein Piep ist zu groß. Das kommt mit Sicherheit vom häufigen Gebrauch. Mein Piep ist zu groß. Dadadadadadadada Alter ich muss mich gerade an das Lied Piep mit dem Sozialarbeiter, Scheiß! Das haben die auch gemacht. Das war auch geil. Das Ende von dem einen Lied ist auch so geil. Ne Bram schlau! Aber Sau! Damit beginnt die nächste Aufnahme unserer... Ich zweifle langsam an dem Wort letzte Session. Aber ich habe mir jetzt vorgenommen, ich versuche es zu machen. Ich versuche jetzt in dieser Aufnahme möglichst runter zur Zinnoberinsel. Dann rechts noch und dann weg. Und dann die Liga. Weil hier auf dem Weg... Ich bin jetzt schon mal von Fuxania runter. Die haue ich jetzt alle weg. Ich glaube Zinnoberinsel habe ich schon alle umgehauen. Von Alabastia aus. Ich glaube dann fehlt mir nur noch der Weg von den Seeschauminseln. Und dann rein gepflegt. Ich habe noch keine Ahnung. Und dann versuche ich mit Heilen alles rauszuholen was geht. Aber das Problem ist, ich habe nicht genug Heilung glaube ich. Das könnte ein Problem werden. Und mir denke, du kannst dann nicht ausmachen und das dann wieder. Deine Heilung oder ein Safe State laden. Deine Heilung ist dann weg. Ja. Und vor allen Dingen auch die AP kann ich auch nicht unendlich heilen. Das ist echt zackig. Man müsste fast schon gucken, wie kann ich Lorelei bashen. Wenn ich Lorelei mit einem Verlust besiegt habe, könnte es gehen. Das Problem ist allerdings auch, du kannst es nicht unendlich oft versuchen. Du hast ja nur 12 Minuten. Äh, 20 Minuten immer. Und wer will schon so lange immer warten? Das ist doch gay. Oh man, Ryu. Was haben wir uns damit nur angetan? Ja. Dann fahre ich mich jedes Mal, wenn wir LPs machen. Ey. Stimmt doch gar nicht. War doch nicht gemeint. Das ist doch besser so. Ich muss doch die Aufnahme von heute hochladen. Fällt mir grad auf. Na ja. Hast du schon? Hast du schon? Ne, hab ich nicht. Sag, ich bin nämlich gerade auf YouTube und da ist nichts. Ach. Der Feine Heer ist auf YouTube unterwegs. Aber noch nebenbei. Äh. Meinte er könnte das bringen, ey. Und dann haben wir uns Bravery. Warum? Machst du wieder oder was? Na ja, Ultimate Bravery machst du ja. Naja. Stimmt. Aber gucke ich bei Hopp. Achso. Ich dachte du machst was sinnvolles dabei. Machst du schon mal Vorbereitungen oder sowas? Ich bin ja eine Playstation. Ne, Gay Station. Ah. Ne, Gay Station. Ne, Pony Slay Station. Oh mein Gott. Oh die Schlachtstation. Ja. Das wünsch ich mir. Der wünsch dir auch ganz anderes. Der wünsch ich auch Sex mit Ziegen zu hören. Hey, warum ist der weg ist? Du Arschloch. Hab ich dich. Ah. Ah. Was? Haselnussstrauch? Ah. Ja, Mann. Das wär auch ein geiler Name für den Youtube Channel. HaselnussstrauchLP. Ah. Ey, das ist voll cool. Mein Mann, ihr Freunde, also der kommt zurück bei HaselnussstrauchLP. Der ist hiermit reserviert. Auf jeden Fall, ey. Zweite Account. Zweite Account. Mach ich nur Scheiße. Hey, ist wieder euer Haselnuss. Los geht's. Mit irgendwas anderem. Boah, oh Scheiße, jetzt hab ich die Fehler gemacht. Windhose, es kommt Wind in dein Höschen und dann weht es weg. Direkt in dein Gesicht und... Hat's gemacht. Ich hab gerade ein, ich hab noch Sonderbomben, warum sich ich überlegen kann, ob ich jetzt einfach nur Blitzer damit Level 60 pushe. Hahaha. Hahaha. Wie schlecht. Wie geil wär das denn? Einfach nur Blorelei wegzupfen. Wie geil wär das denn? Wer verzweifelt bei Siegfried, weil er nichts hatte außer Blitzer. Hahaha. Komm, mach's bitte. Nee, Alter. Ich überlegen. Komm, mach echt. Ohne Scheiße. Das wär so geil. Ich hab ein Blitzer Level 60. Wobei, wenn du mal Blutok Blizzard Ball bringen und dann Drago Wan fahren fahren. Drago Wan? Hahaha. Wie geil das wär. Boah, weißt du was? Weißt du was? Ja, mach mit. Ich bin im Yolo-Modus. Hahaha. Wie geil. Ist ja mittlerweile auch scheiße. Hahaha. Jawohl. Halt, warte kurz. Wie viel brauche ich noch bis zum Level ab? Ne, ich warte noch den einen. Ich hab 187 bis zum Level ab. Ja komm. Das ist ja doof. Das dauert zu lange. Sonderbomben. Auf. Ja. Hör rein. Yolo. Wie schlecht das ist. Haha. Boah, ich bin mir auch als Kind schon immer richtig schlecht geworden. Schlecht für Folge gekommen, wenn ich nicht mit den Sonderbomben aus die Pokémon gepusht habe. Es, es, mehr, 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 mehr. Wie doof das. Ich hab gehört es. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, ich kann ihn ja. Ah ja, 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 jetzt hat er, jetzt. Rio hat die Schnauze voll, heißt die Folge. Ich hab richtig die Schnauze voll, ich will Lorelei aber nur wegbüren. Wie doof, muss man überlegen, haut seine Blitze, ist sie jetzt auf 60? Nein, mein Blitze ist jetzt ein 55. Achso, ist auf das höchst trainierte. Haut Lorelei weg, verkackt dann gegen Bruno und muss nochmal 20 Minuten warten. Vor allem Blitze 55, Ibi-Taxen und Willi-Katz und Dino-Queen 44, Nurak 47 und Tod auch 51. LOL, ja beide sind wenigstens alle so, nee Quatsch, zwei sind auch nicht mal im 50er Bereich, hast recht, sind nicht mal Anfang 50. Das Macho-Mal, was ich dabei habe, ist 46. Und mein Slime-Oak, das, was ich dabei habe, jetzt kann ich dir ja sagen, ist 38. LOL! Ja, das lohnt sich, das kriegt man gar nicht hinterher trainiert. Ja, warum versuchst du denn diesen Kurvenhof überhaupt? Ja, weil ich da was nachholen wollte, ich fand das sweet. Hat seine Kinder nicht nachholen, der Zug ist abgefahren. War ich doch gerade. Ich wollte meine, was bist du denn vor einer? Seit wann stehst du denn hier? Oh, starke Trainer gehen dahin. Ich muss nicht sagen, Flammo, bei Glurak sehe ich so ein bisschen aus, als wenn der auf das gegnerische Pokémon kotzt. Du bist jetzt wieder rein? Ne, du trainierst noch, oder? Wo trainierst du denn mit Glurak? Vom Indigo-Plateau. Ich glaube die 15 Minuten sind doch gleich um. Ich glaube ich geh gleich einfach nochmal rein. Drei! Wenn ich jetzt reingehe, starten ja die 20 Minuten. Anscheinend sind es ja 20 Minuten, die man dann warten muss. Dann könnten wir in der nächsten Aufnahme den wirklichen Versuch. Oh, ich hab auch keine Ahnung. Ist alles kacke. Will nicht mehr. Da kann mir mal einer... Einmal Hacks an diesem Spiel. Gott nochmal, ey. Das ist aber echt jetzt... Weißt du nicht, die sind gar nicht so stark, die Top 4. Die sind genau gleich stark, glaube ich, bisher. Ich glaube, die haben sich kaum verändert. Soll ich glaube, 54 oder so? Nicht viel. Ich glaube, ein bisschen höher im Level. Scheiße, hier war ich schon. Okay, dann habe ich jetzt alle Trainer, glaube ich, aufgebraucht. Aufgebraucht, die Nutten. Das Fleisch. Meinst du verbraucht aus? Äh, da war ein Trainer. Bist du noch ein Trainer für mich? Irgendein Kabelle-Vogel-Pokémon. In Lave bist du! Mitte 30. Ha, leckerlich! Ich klatsch dich, du Hure! Mein Imitak ist einfach nur so nutzlos. Indigo-Platteau. Ja, ist halt ein Opfer, dein Lamm, dann, ne? So, was mache ich denn jetzt? Ich hab gerade nie... Ach, Heidu! Heidu! Du auch wieder hier? Ja! Das Kleine ist die Welt! Oh, das Kleine ist die Welt! Ey, guck mal auf! Ich will da jetzt rein. Weißt du, ich will es jetzt einfach schaffen. Ey, ich will die Scheiße hier... Ich will die Staffel beenden und nachhören. Ich will die Staffel beenden und mich danach erhängen gehen. Ach, die Fresse, mit wem soll ich denn dann aufnehmen? Weiß ich nicht, ich kann es ja Palki anschreiben. Dann kann ich mir jetzt nicht verknallen! Ich habe... Alles klar. Oh, er ist drin! Ryo ist drin! Ich bin drin, ich bin alleine! Oh, noch alleine! Moisin, zieh dich aus! Alter! Aber lass die Brille auf! Das sagt er zu mir auch immer! Hihi! Genau! Next way, ist ihr! Warum? Okay, so, ich kauf jetzt einfach DAS. Dann kann ich das noch leisten! Oder kann ich mir sogar das leisten? Das noch leisten? Nööööö Ist doch gut. Ja gut. Außer es ist speziell voll die Nulpe. Natürlich. Ist doch kein Wunder. Ich hab nichts gesagt. Ich hab nichts gesagt. Muss Blitzer. Ja jetzt haut sie Labra. Der Plan war, dass ich Labras erst mit einer Schockwelle vorschläge und dann mit dem Donner rauskicke. Okay. So. Ich habe einen Äther. Ja. So. Nein. Das ist ein Witz. Und zwei Elixiere. Komm ich damit weiter? Was? Was? Jetzt ist er down. Den hat es zerfressen. Labras überlebt. Mit 5 kp. Heizt sich mit Sirupbeere. Ja. Eistrahl. Gefreezed. Oh ja. Das ist natürlich jetzt gerade. Ich bin gerade so tiltet. Das ist ein Witz. So keine Lust mehr. Ich will nicht mehr. Ah Paralyse. Fuck off Lorelei. Du dumme Hure. Das heißt ich könnte ja jetzt noch mal rein gehen und der nächste Aufwand. Ich habe auch gerade keine Kraft mehr. Gucken. Ich fühl mich gerade. Ja. Genau. Du Hure. Ruf es zurück. Es ist ja noch fast tot. Mein Erdbeer hätte es umgebracht. Der darf nicht wahr sein. Der darf nicht wahr sein. Ich bin drin. Halt's Maul. Hau ab. Ich will nicht mehr. Wie frech du zu mir bist. Der darf nicht wahr sein. Der friert mein Blitzer ein. Der Eis hat nicht mal wirklich Schaden gemacht. Ja. Aber eingefroren. Ja ruf es noch mal zurück du Hure. Jetzt haut zu Lamo. Ne 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 ne. Sei doch vor. Dann steht Blitzer doch noch. Ja toll. Kann ich aber nicht benutzen. Hast du keinen Hyperheiler? Den benutze ich doch jetzt nicht. Ach du trainierst doch erst die Runde. Das wird doch nix. Kann ich mit ner Schockw... Kann ich da was reinhauen? Oh sie ruft auch Ausdoss rein. Ich glaube nicht, dass ich... Der übersteht der jetzt ja kein Stepmove. Ne ist doch tot. Ich muss jetzt mein Erdbeben auf die... Oh ne Lamo ist ja psychotypisch. Wieso mach ich denn nicht Biss? Beiß dich Hest. Wie zieht denn so ne Schuppel ab? Lamo ist ja da und... Na das geht. Da ist ja hier schwules Drixkuchen Lapras. Oh. Lapras schreckt zurück aber sie wird jetzt heilen. Respekt dass das das überlebt hat. Das wundert mich gerade. Heilt sie? Nein. Lapras müsste tot sein oder? Ja. Ok. Lapras ist tot. Und warum sieht mein Simsalder so aus als wäre es eingefroren? Es hat voll Farbe verloren. Oh. 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 Eingefriest. Friere. Friere. Totok ist tot. Eingefriest. Eingefriest hat es auch zu sein, der stört. Aber das war Kolleteralschaden. Ja. Ja das war... Das Ding hat auslos und Lapras gelegt, das war Kolleteralschaden. Das musste jetzt... Ja, sagen wir mal, es musste sein. Hast du deinem Simsaler Schockwelle beigebracht, oder was? Klar. Kann er ja lernen, ne? Und da hat es einen super hohen Spitzenangriff, da macht das auch wenigstens mal Schaden. So, Lahm-Müllschen. Wie wir alle wissen, ist Lahm-Mülls ja Psycho. Wie wär's denn mal mit einer schönen Unlicht-Attacke? Ja, alles klar. Wo das 10 Level höher ist, kann Lahm-Müllschen und Bilika mit einem Eis-Strahl nicht one-shotten. Ja. Ich finde das gut. Lahm-Müllschen. Lahm-Müllschen. Es darf echt nicht wahr sein. Es kann echt nicht die Wahrheit sein, dass die so knapp überleben darf. Oh, das sind kein Surfer. Das ist ja uncool. Natürlich ist er auch ein Fass-Nacht-Team. Nein, 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 nein. Leute, haha, der hat ja keinen Schaden! Nein, pppp, Jugong! Ey, der kam gerade Giovanni! Ja. Giovanni ist da! Hahaha, Jugong ist tot. Ah, nee, Glorak hat keine Schnitte, ey. Der Sandsturm ist Tobing! Alter, das ist ein Witz! Gott, jetzt habe ich schon wieder 20 Minuten nicht gegen diese Hure antreten. Das ist auch wirklich bescheuert. Warum verblassen meine Pokes denn immer hier? Ich finde das nicht gut. Okay, diesmal habe ich nur ein Pokémon verloren im Kampf gegen Lorelei. Aber sie hat auch ultra dumm gespielt. Ich will jetzt... Scheiße, ich muss eigentlich meinen Simsala heilen. Und da... Soll ich es versuchen, mal durchzuh... Leuchttemberg ist paralysiert. Ich darf trotzdem Eisstrahl machen. Wie viel habe ich denn noch an Heilung? Was habe ich noch an Heilung? Beziehungsweise Beleber? Der sind bläden, oder was? Soll ich mal einwegwerfen? Hab zu viele Pokémon, die gegen Eis- oder Wasserattacken empfindlich sind. Das kann echt nicht dienen. Das ist auch scheiße. Oder allgemein Pokes, die nicht aushalten. So... Und dann... So... Ey! Dankeschön. So, Bruno, wie wär's? Wollen wir mal gucken, ob wir gegen dich diesmal ein bisschen schneller vorankommen. Er hat mich beim Namen genannt. Das ist sexuelle Belästigung. Das finde ich nicht gut. Er hat meinen Namen gesagt. Ich fühl mich sexuell belästigt von Bruno. Das ist halt ein Muskelpaket, ey. Willst du mich anmachen, oder? Ich mach dich aus! Beim Tourtalk wahrscheinlich wechselst du jetzt hier die Feige. Ich hab sie besiegt! Ich hab sie besiegt! Nice one! Mein Knogger hat geregelt! Er hat Jugger und Rosane einfach mit Knochenherz aus dem Leben geklappt. Nice! Ja, Boden ist ja auch effektiv gegen die Scheißdinger. What the fuck, Alter! Nice, Junge! Das war nur ein Vorbeschmack. Hat noch zwei Pokémon als Kampf umfähig. Das eine muss... Was? Ja, es war nur ein Vorbeschmack auf die Dinge, die noch kommen, Junge. Ja, toll. Blitzer ist eingefroren und bringt nichts gegen Bruno. Und ja, Knogger hat auch nur noch halbe Leben. Boah, Alter, das hat gerade mega gelegt. Eiduran, komm! Wir haben Kreisen! Ja, wir haben Kreisen ihn! Psch, psch, psch! Dam, dam, dam! Wir treten mit den Nieren! Aua! Aua! Wir haben dir die Nieren getreten oder was? Bam! Kittepatz, 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 Kittepatz! Hört bitte auf! Ihr dürft ja weitergehen! Kittepatz! Ich mach dich wirklich! Boah! Wer darf ich sagen? Bruno, stopp! Niemand liebt dich! Ach, jetzt ruft er seinen Macho mal zurück, was er hoch aufpasst. Ich kann jetzt an dem Onyx. Ja, genau! Onyx ist schneller, oder was? Bist du mit dem Arsch? Aber Rosana und Yugo nicht, weil es erscheint! Onyx Speed! Ja, er benutzt Topgen, die so gelten Lappen kommen, weil der Knochen hat's drauf. Ich verbrückel das Onyx richtig mit dem Knochen. Mit deinem liebes Knochen. Boah, ich treffe immer viermal, what the fuck! Nein, Erdbebe, ich bin tot! Nach Knochen hat's nicht sowieso immer ein Vierer? Weiß ich nicht, das steht zwei bis fünfmal. Echt? Ja. Okay, dann täusche ich mich. Jetzt ruft er sein Onyx-Ding, mein eingefrorenes Blitzer zurück, um sein anderes Onyx. Bleib jetzt, da wurde er aufgetaut, ist das ein Witz! Jawoll, jetzt rockt er die Bude! Ich kann nur den Hector zacken! Jetzt rockt er nicht die Bude! So, ich hab Bruno auch besiegt. Onyx schreckt zurück wegen den Bisten! Das darf nicht wahr sein! Ich mach den grad mit Bisten! Nee, jetzt macht er ja kemig den Tod. Wie geil! Ich mach den grad mit Bisten! Ciao! Ciao! Ciao Dura, ich bin raus! Ah! Loll! Ich bin der Einzige, der bei der Garte steht! Da kommt keiner hin! Da ist keiner! Warum? Was tun sie jetzt? Warum ist niemand? Du bist so schlecht! Du verschwendest deine Zeit! Lorelei ist nicht da! Was machst du denn hier? Hier dürfte eigentlich niemand sein! Sie ist in 20 Minuten 49 zurück! Was?! Alter, erhöht sich das! Das wär super krank! Bin in der Stunde gesperrt! Ah! Ah! Ich kann nicht mehr! Ich bin so schlecht! Meine Pokémon sind so schwach! Ich hasse alles! Ryo ist einfach einen ganzen Part gesperrt worden! Hey! Doof! Kann ich mehr! Und der rennt da jetzt durch und dann nervt der mich die ganze Zeit! Ja! Wo bleibst du? Ja! Was auch, ob ich da durchrenne, ey! Mann, ey! Ich fick euch alle in den Hintern! Das Problem ist ja jetzt, Agathe! Weißt du? Die haben ja nicht nur einen Gang Gang Gang! Die haben ja gleich zwei! Und ein Apollo und ein Arog und... Bums die Bums! Nee! Da ist vor allem nicht mehr, wo ich trainieren soll! Ich hab grad so einen schönen Erfahrungsboost von Lorelei bekommen! Ja! Da hab ich auch gedacht! Da könnte ich mir ja auch überlegt! Könnten wir super trainieren! Nix! Darfst du 20 Minuten trainieren! Nix! Nix! Geh weg! Mach das, wer fortkommt! 49 Sekunden! Ich war bestimmt 10 Minuten am Camping! Ich glaube, das erhöht sich jedes Mal um 10 Minuten! Alter, wär so krass, ne! Das ist richtig asozial und gemein! Sorry, das ist echt nur gemein! Ja! Das ist aber wirklich fies, ey! Wenn du wirklich da kämpfst, fightest und knapp verlierst, sag ich mal! Und dann darfst du da 20 Minuten nicht rein! Was sollst du denn da machen? Sollst du da einfach warten, oder was? Nein! Trainieren! Ja, trainieren! Kannst du auch nicht mehr überall trainieren! Ist doch vorbei! Jeden Kuschabs machen, Junge! Ja! Oder so! Das ist fulauchig auf den Rippen! Oh Mann! Ja, ein Volltreffer! Hör halt auf! Ja, genau! Keine Ahnung! Ich sitze gerade vor der Karte! Ich hab absolut keine Ahnung, wo ich hin soll! Oh Mann! Aber weißt du, du kannst... Warte! 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 Knogger kann ich gut trainieren! Und diese Idee verfolgen wir im nächsten Part weiter, Leute! Seid unbedingt dabei! Bis dann! Ich bin super motiviert! Bis zum nächsten Mal! Wow! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!